So, herzlich willkommen zurück zur vierten Folge Let's Play To Home On Another World. Die anderen Folgen rennen gerade und ich bin mal gespannt, ob gleich die erste hoch ist. Ich weiß es noch nicht, aber ja. Gut. Beim letzten Mal haben wir Akku getroffen, die uns den Idol Dex upgradet hat. Und wir waren kurz im, keine Ahnung wie der Shop hieß, wir waren in irgendeinem Shop. Keine Ahnung. Und dann war die Zeit um. Und wir haben einen Typen getroffen, der uns die armen Ohren voll mit Japanisch zugelabert hat, wovon ich nur sehr wenig verstanden habe. Und ja, mehr haben wir nicht gemacht. So, dann lasst uns aus dieser Folge mehr machen, hä? Jojo. Dann fangen wir an. I've loved fishing for all of my life. Do you love fishing too? Ja. Wonderful. We think so much alike. I will give this to you, so go catch a big one. Very received older... Hey, cool. Fishing is the best hobby ever. Hobby? Hobbit. Whether at sea or at the river. Feel free to use that fishing road whether you like. Okay, dann wollen wir das mal ausprobieren. Oh Gott. So, was haben wir jetzt auf X getan? Oder? Oh Gott, was war denn meine X-Taste? Ah, nein. Okay, das auch nicht. Oh Mann. X, Y... Ah, select. Okay. Gucken. Oi. Ging ja schnell, hä? Oh, Hina. Momentan, was sucht Hina im Wasser? What the fuck? Aber soll's. Ich mag Hina, ne? Auch ihr Charaktersong und alles. Einfach richtig geil. Gudu, 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 gudu. Ja, Hina ist toll. Woo. Obwohl ich ja immer noch sagen muss, dass ich Hina nicht so wirklich mag. Äh, Raimu mein ich. Ich liebe Hina. Oh Gott, mich gämlich. Witzigerweise ist auch mein Name in ihrem Namen enthalten, also. Ja, ja. Und ich will sie unbedingt mal cosplayen, aber fürs Erste steht mal die Gamescom an, dann für... Da hab ich ein Design selber gemacht für 2P Female Japan. Ich weiß, das darf man eigentlich nicht kreuzen, aber ich fand's irgendwie zu geil, um die Idee verkommen zu lassen. Ja, mein Yukata ist auf dem Weg, meine Perücke auch. Ich bin erstmal gespannt. Ah, kommt noch eins. Oh, shit. Ich starte gerade. Hm. Ach, komm schon. Na gut, dann halt nicht. Was machen die zwei Typen da eigentlich? Making a new bridge is going to take some time. Ah, okay. The bridge is out right now, so you can't go to west. Nein, ich will zu meinem Ludwig. Nein, Spaß. In sich mag ich Ludwig, ja schon, ne? Aber der Seyo gefällt mir einfach nicht. Hm. The cafe there carries the newspaper that the Tango write. Tango? War das nicht irgendwie... Oh, okay. Das heißt, wir können da nicht rein. Da steht der Kerl wieder. Hrrr. This is so bad. I fell not good. Ist hingefallen? Du armer Kerl. I fell not good. Gott, ich sollte mir in der anderen Annamen einstellen. Oh, man. Oh, komm. Du verstehst nicht so viel Japanisch. Okay, und gerade eben waren meine 40 Minuten um. Fuck the what? Ich glaub, der Alter hat zu viel gesoffen. Okay, Chibisuica. Pschü. Ja, du trinkst zu viel Sake, Mädel. Ist nicht gut für dich. Ja, okay. Wenn das die 14 Minuten waren, dann denke ich, sind wir jetzt inzwischen bei 15 in etwa. Gut, und das wär dann die vierte Folge gewesen. Ja, ja, dann bis irgendwann, meine Lieben. Tschüss.